Heilung ist eigentlich nicht für den Kopf. Es ist vielmehr aufgebaut vom Glauben und von den Händen und vom Herz. Und ich lehre dann eine Balance zwischen Vorträgen, Austauschern und natürlich Händen an Heilung. Dass die Leute vertrauen, was sie machen und sind wirklich zu Hause in Passivität und in was ich nenne die Flussbett-Mentalität. Dusklos ist natürlich mein großer Vorbild, weil ich habe so viel von Dusklos bekommen in meinen sieben Jahren mit ihm. Und ich habe Dusklos erlebt, wie der heilt. Und Dusklos hat wirklich eine Wunderheile, eine unglaubliche Wunderheile. Und meine Methode ist ein bisschen anders als Dusklos, weil ich, was ich bitte ahne, ist, dass die Leute wird befreit über mehrere Behandlungen, von was ich nenne Familie Karma oder persönliche Karma oder sogar kollektiv Karma. Es ist einfach zum Lernen, weil ich lege so viel auf Passivität, aber es geht im Endeffekt viel mehr an Verlernen. Weil in unserer Gesellschaft, wir lernen von Anfang an, wir müssen etwas machen, machen, machen. Und was ich lerne, ist, wir müssen weniger machen, dass die Gnade kann viel mehr machen durch uns. Wir legen die Hände auf bestimmte Punkte, wo Leid ist gespeichert in den Körper, Organen, Chakren und so weiter. Jeder kann die Seminare mitmachen. Viele machen das, weil die wollen, die Leute helfen. Und das ist schon gut, die bekommen eine Arbeitshaft, die können das sofort verwenden. Andere machen das, weil die machen das Seminar, weil die wollen wissen, wo die stehen im Leben. Das heißt, vielleicht werden die dann später Heilung, aber die wollen, was die erlebt hat, ist eine Kindheit und was Bewusstheit bedeutet. Und was es bedeutet überhaupt, dass seine Seele bringt Zeit auf dieser Welt zusammen miteinander. Viele fragen mich, Paul, was genau ist Gnade? Und was ich antwortet immer, ist, ob man das Gnade oder Liebe nennt, ist es wirklich egal. Weil Liebe ist Gnade und Gnade ist Liebe. Gnade und Gnade